Was? Pluto ist kein Planet mehr? Das ist mein letztes Wort? Haha, wie geil. Wow. Wow, wow, wow. Der hat ja Füro am Start. Wartung, nicht so nah ran, nicht so nah. Wow, was sind das für Viecher? Ich glaub, gegen die ist mein Feuer gar nicht mal so gut. Ah, das sind die Viecher, die man von hinten angreifen muss. Wow, 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 wow. Ähm, jetzt geht's ab, Freunde. Kurz mal hinter ihn gesetzt. Ich muss mal gleich nach dem Kampf meine Tastatureinstellung ändern. Bitte erinnert mich da dran. So, da kommt direkt der nächste Normade raus. Ey, der hat meine Kugel abgewehrt, der Arsch. Ich kann auch mit Feuer, mein Freund. Ja, resistent, aber der ist gegen Feuer resistent. Oh, ich sterbe. Ich mach nur zwölf Schaden bei dem Arsch. Warte, ich komme. Ey, warte, ich kaff's da vielleicht so. Ich kaff das so. Oh, shit, ey. Feuer, Feuer, Feuer. Überall ist Feuer. Das kriegst du mit dem Schwert, ey. Wow, wow, wow. So. Lass mich in Ruhe. Alter, Falter. Oh, hier ist Iridium. Oh, da liegt ein Schild. Ey, wie viele hier rauskommen. Alter, wie viele sind das denn noch? Ich glaub, da wird's mal Zeit für eine Granate. Oder zwei oder drei. Ich hab keine mehr, shit. Ich hab mir Granaten-Upgrade gekauft, zum Glück. Da hab ich jetzt relativ viele Granaden am Steak. Uh. Und ich hab keine Munition mehr, wie schnell das geht. Oh, jemanden medikiert, sonst würde ich das nehmen. Ne, ich brauch's nicht. Ich brauch nur ganz, ganz, ganz dringend Munition. Iridium. Ah, ich drück E und dann nehme ich gleich beide mit. So, jetzt mal schnell das Ducken umstellen. Hallo? Ducken umstellen? Ach, kann man, wie war das noch? Das ist eine gute Sache, dass du das erwähnst mit dem Ducken. Das ist bei Gameplay und dann Ducken ein, aus. Musst du auf Anstellen. Hat jemand Sniper-Munition gefunden? Nein. Da müsste noch was liegen, irgendwo. Okay. Ah, 15 Schuss, das ist schon mal wieder besser als nichts. Gehen, sind da so ein paar Kothaufen? Ey, gegen diese Feuernomaden richte ich mit meinem Feuer nichts aus. Ja, das ist kacke. Das ist beschissen. Ich bräuchte nochmal eine Säure-Waffe. Vielleicht finden wir die mal irgendwann. Sollen wir mal in die richtige Richtung gehen? Ja. Warum bist du übrigens Veteran, random? Oben steht Veteran. Ich kann aber, ich hab da so ein Klaas-Mod jetzt. Ach so. Ach, Moment, da schau ich auch nochmal eben nach. Da kaufe ich auch nochmal ganz kurz Munition. Ist ja hier direkt um die Ecke. Wie schnell die auch weggeht. Ja, bei mir auch, bei meiner Hauptwaffe. Ich hab jetzt nur noch 127 Schuss. Ah, das kriege ich wieder hin. Nee, es gibt keine mehr. Schade. Ja, aber ehrlich gesagt, maximale Gesundheit. Immunität gegen Feuerschaden. Boah, das wäre in der Region gerade mal richtig gut gewesen. Wie heißt der Typ, gegen den wir kämpfen? Fire irgendwas? Ja. Firehawk. Ja, vielleicht ist gar nicht schlecht, dass wir das dann hätten. Na, ich bleib erstmal bei meinem Schild. Ich hab mir das ja gerade schon gekauft. Bringt daran, wir haben immer geöffnet. Kein Geld zurück. Aber der Finger hat die maximale Gesundheit. Das ist halt... Das ist doof, ne? Das feinde ich auch. So ein bisschen Firehawk-Bletten. Ach, Granaten. Moment, die kaufen noch jeden. Ich hab sechs Granaten am Staden. Boah, wie... Warum kannst du so viel Dingsen? Ich hab degraded mit dem, äh... Ach so. Wirklich so, okay. Firehawk. Da ist schon so ein... So ein Hawk-Teil. Hallo, es ist so still hier. Wo bist du? Incinerator Camp. Die Incinerator. Popator. Was hat der denn hier für einen Schrank? Das ist doch grün. Das kann man doch aufmachen. Kann man da draufhauen? Das ist wahrscheinlich nur Strom. Das ist der Stromgenerator hier für die Region. Das Klo. Na, da hab ich alles voll. Kann man hier Licht anmachen? Ne. Toll, ey. Das kann man hier reingucken, oder ist überhaupt nichts drin? Licht auf dem Klo. Ne, hier ist Ende. Explosiver Gas. Sollen wir mal gucken, was da passiert? Jetzt, klar. Ich brenne. Dann ist ja auch direkt daneben. Da kommt Geld drauf. Ne, direkt daneben, da werde ich hier gestanden. Ich stand jetzt schon relativ nah dran. Ich stand weit weg. Ne. Aber guck mal, hier kann man irgendwie hoch. Man kann irgendwie auf das Dach von dem Moped. Muss man so eine, ähm... So ein Trick-Shot machen. Trick-Shot. Also ich bin jetzt hier schon mal auf dem Dach. Ja. Und jetzt macht man einen Trick. Das geht so. Oh, ich bin fast drauf gekommen. Aber... Das geht, das geht. Das kann man machen. Ne, überhaupt irgendwas? Jump and run here. Natürlich ist da nichts. Wir wollen da einfach nur hoch. Shit, wir machen weiter. Da ist garantiert was. Da ist nichts. Na gut. Jump und run. Aber hier müssten doch eigentlich Gegner sein. Hör mal. Hier sind welche und unten auch. Ah, hi. Da rennen sie auch schon. Das wäre cool, wenn ihr mir den ersten Schuss lassen würdet, weil dann kann ich nämlich schön zielen. Ach so, da war ich nicht vorbereitet. Ja, ich mache den Sniper, denke ich. Hey, der hat so eine... Ach so, das ist Deiner. Ich dachte, das wäre der, der das gesetzt hat. Wie die immer noch schreien. Die holen sich gegenseitig. Ich glaube, von hinten kommen sie gleich, weil die kommen da hochgerannt. Okay. Wieder kämpfen welche... Ja, kommt von hinten. Scheiße. Ich habe hier eine schlechte Position. Oh, ich habe ein Haus gefunden, das stinkt. Wow, 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 Leute. Badass-Psycho. Badass-Psycho. He's burning. Komm, stirb einfach. Dankeschön. Hier liegt noch ein Gewehr auf dem Böden. Das ist Grün. Oh nein, ähm... Da kommt ein... Da kommt ein Dingens. Oha, fuck, Renate. Ah, weg, weg, weg. Komm, dem geben wir so. Zack. Random hast du da gerade mit draufgehauen? Ja. Ich auch. Geil. Ja, also nahkampfmäßig. Bei dem Feuer mache ich ja... Ey, was hat denn der für einen Kopf? Der hätte ja gar keinen Kopf. Ah, fuck, jetzt resistent. Ich brauche noch mal... Oh, oh. Mach zum... Wo kommen die denn her jetzt? Komm, da... Ja, hier schreit er da rum. Mist, ich bin... Schaffst du... Warte, ich komme. Wo ist er? Ach, die kämpfen gegeneinander, okay. Du rennst aber auch schon total weit runter. Ja, ich konnte da oben nicht stehenbleiben. Da kamen die aus allen Ecken. Nur aus allen Ecken. Da war einer, der haben wir geplatt gemacht. Hey, wie resistent die sind. Das ist ja voll scheiße, dass sie jetzt die Feuerwaffe haben. Komm mal wieder hier hoch. Fuck. Fuck, ey. Die kriege ich. Sag ich doch. Okay, die kämpfen noch ein bisschen gegeneinander. Scheiße, ich habe da keine Munition. Goliath. Werder ist, Goliath. Dem Goliath wurde ein... Okay, ich bin out of ammo. Scheiße. Er ist tot. Ach, du bist tot? Nein, nein, ich... Passt schon, bin wieder da. Ah, Granate. Achtung. Hier gebe ich... Was, hier. Ha. Im Nahkampf. Im Nahkampf kann man die gut angreifen. Komm, stirb. So. So, war es das? Ich glaube. Meine Fresse. Ich brauche alles sichern jetzt hier. Ich brauche Munition. Ne, hier kommen wieder welche. Ja, du... Wo bist denn du, Alter? Ich habe keine Munition. Sorry, ich kann dir leider nicht helfen. Ich suche mal schnell welche. Ja, keine Munition. Das weiß ich wohl. Ah, da ist was. Da ist ja noch einer. Oh. Tot. Ja, hier kommen... Ich verteile jetzt erstmal ein paar Punkte. Wo ist denn er? Da. Na, komm raus. Ist das wieder so ein... Oh ne, die können ja... Die können ja brennen. Niemand wird mich besiegen. Ja. Nomade. Ey. Ich kann ja nicht nachladen. Scheiße. Was ist das jetzt? Ich traue mich gar nicht, da hinten hinzugehen. Ja, sollst du auch noch nicht. Wieso? Ist ja Ende eigentlich. Nein, aber wir wollen hier oben noch ein bisschen Munition suchen. Ich jedenfalls. Ich muss wohl nichts suchen. Ja, ja. Hier ist ja auch Munition. Da ist ein Gewehr. Hier hinten liegt ein Magnum. Ach, hier liegt ein Klassenmod für dich. For me? Ja. Geil. Oh, da war irgendwo was. Toll. Da war was ganz komisch gequiet. Ah, Munition. So, ich hab mal das Schild jetzt geupgradet für meinen Scorpio. Kann der schon heilen? Oder irgendwas verteilen? Die heilen kann er schon, ja. Ah, sehr gut. Aber ich hab gar keinen Ring gesehen gerade. Hier unten ist noch ganz viel. Sniper-Munition? Auch, ja. Ja, sehr gut. Ich komme. Stimmt, da waren wir noch nicht. Oh, das wird weh. Ach nee, wir haben ja kein Fallschaden. Achso, es gibt einen Knall. Oh, Sniper-Munition. Sehr gut. Ich glaub, beim Drübergehen nimmt er nur die Sachen auf, die man braucht, oder? Keine Ahnung. Ja, ja. Hier ist jedenfalls auch noch. Das Gefühl hab ich auch. Ja gut, die Munition brauch ich nicht. Die ist für Schrot und... Für Schrot und random. Hier hinten ist, ähm... Da rechts müssen wir hin, ist doch. ...Munition für Sniper. Hier ist ganz viel für dich. Das brauch ich nicht. Hier ist noch Sniper. Eine ganze Kiste. Ah, sehr gut. Ich muss irgendwie zehnmal so viel Munition mitnehmen können. Ich kann nur höchstens drei Minuten durchschießen, oder fünf vielleicht. Wie, ist das ein Kind? Ach nee, das ist so ein kleiner. Was ist das? Ah, Sniper. In Borderlands liegen tote Kinder. Deswegen soll es ab 18. Ah, das ist, glaub ich, nur so ein Mini-Mini-Typ. Ah, Sniper-Munit, zwei Stück. Huch, was war das? Ich mach die Gastanks kaputt, da kommt nämlich Geld raus. The Gastanks. Gut, ich glaub, ich bin wieder ganz gut ausgerüstet. Wenn jemand einen Konraten braucht, hier hinten sind wir. War da hinten nicht noch eine Waffenkiste? Ja, hier liegt bestimmt irgendwo noch eine. Was sieht mir hier so eine Waffenkiste aus? Wo denn? Ich hab keine gesehen. Gerade aus. Hör mich nicht mal, hätte ich eine gesehen. Da, wo ich gerade war? Warum hast du nicht geöffnet? Nein, weil ich da noch im Kampf war. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Achso. Aber hier ist bestimmt noch so ein Secret, oder? Hier ist eine Waffenkiste. Ah. Äh, Sniper und Shotgun. Sniper-Gun. Rotgun. Schrotgun. Man kann zwischen drei Sendern rumschalten. Man kann zwischen Rauschen, Rauschen und Rauschen umschalten. Rausch 1, Rausch 2, Rausch 3. Ich persönlich finde ja Rausch 3 cool. Ich finde Rauschigen Rausch cool. Rauschbart. Rauschigen Rausch. Wo wir gerade von guter Musik sprechen. Ich habe einen neuen Song geschrieben. Ja. War das eine geile Überleitung? Oder war das eine geile Überleitung? Das war eine super geile Überleitung. Ich brauche eure Unterstützung dafür. Und zwar, ähm... Liebe Redwing Rain, was ist dein Lieblingstier? Katze? Genau. Das Wort Katze sagst du, nachdem ich gleich was gesagt habe. Dann sagst du einfach nur Katze. Ja? Okay. Und, äh... Boah, jetzt kommt. So eine Performance hier jetzt. Leitjan, du hast eine Aufgabe mit diesem Song. Du sagst dann random. Okay. Wieso komme ich hier nicht hoch? Warte bereit? Ja. 2, 3, 4. Wer geht ab wie Schmidt? Katze. Soll ich jetzt was sagen, oder was? Leitjan, wer geht ab wie Schmidt? Wann soll ich nochmal was sagen? Ja, nach Katze. Wer geht ab wie Schmidt? Katze. Random. Yeah. Wer geht ab wie Schmidt? Katze. Wer geht ab wie Schmidt? Katze. Random. Geil. Geiler Song. Das pusht mich grad so krass. Der hat dir bei deinem Kacken eingefallen. Der ist ein Klassenmod für, ja... Kommando. Jetzt, das meinten wir doch gerade. Ich bin im Zelt, aber da kann man... Wer geht ab wie Schmidt? Katze. Hier liegt noch ne Schrotflinte. Random. Schrotflinte? Ne random Flinte. Oh. Ne random Schrotflinte. Da hinten in der Ecke links. Hier. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat den Bloodshots längere Zeit schikaniert. Aber sie haben nie zuvor einen so unverreichenden Angriff auf den Firehawk eingeladen. Komm mal hier rein. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Weil wir jetzt kommen. Walter, so Bloodshots. Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen. Ich hab kaum noch Munition. Der Firehawk wird an sein... Ach, hier kann man was entdecken. Alter. Hast du schon entdeckt? Mhm. Ich hab auch was entdeckt. Hier ist noch ne Kiste. Ach, cool. Zwei SMGs, glaub ich. Jawohl. Echt, 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 echt. Endlich mal was für euch. Ich tue mir erst so leid, dass ich so gut ausgestattet bin. Doch, nee. Eine Firehawk und eine SMG. Ah, das Firehawk könnt ihr auch von mir aus haben. Okay. So, Klassenmod. Ich hab grad einen Klassenmod gekriegt. Da möchte ich mal eben kurz gucken, was dieser Klassenmod so kann. Was kann er denn so? Erzähl uns doch mal etwas, Micha. Ich hab einmal den Veteran-Klassenmod. Den hab ich gerade gewusstet. Der hat Ladegeschwindigkeit plus 17%. Und der macht die Magazingrößen ebenfalls um 17% größer. Auch für uns oder nur für dich? Nur für mich. Noch für mich. Hab ich noch ne Pointment-Klassenmod. Der kann 1,7 Gesundheit regenerieren. Und die maximale Gesundheit 49% erhöhen. Also 49 Punkte erhöhen. Jetzt, lieber Random, liegt es an dir. Willst du Veteran oder Pointman? Ich nehme jetzt mal den Pointman. Oder Pointerman, oder wie das heißt. Pointman ist schon korrekt. Ist schon korrekt. Denn ich bin immer so ein Mensch, der gerne etwas mehr Gesundheit hat. Folge den Blotschot schildern. Blotschot. Blotschot. Da kommt was. Ja. Oh, er geht auch weg. Wir. Ich brenne. Der ist tot. Ja.